Ich habe keine Devilmons, ich habe genug zu tun. Ich habe zwei neue Sixers gemacht, mein Platz ist voll, also mein Lager ist voll, ich habe keinen Platz und genug bei mir. Ja, wir beschwören erst wieder irgendwann nächstes Jahr, auch wenn genau morgen nächstes Jahr ist, aber egal. Jedenfalls hat er zwei Sachen. Als erstes, wir haben dieses Pokéball-Layout, das hat uns, wenn ihr euch erinnert, das ist schon sehr lange her, sehr viel Glück damals gebracht. Den nicht aufgeräumt, hier sind so ein paar Bernards und so, die packen wir kurz weg. Und als zweites hat er seine Gebäude gestackt und ich hasse das, das ist wirklich schrecklich. Können wir die entwickeln? Ich weiß nicht, ob es vom Platz reicht, ich weiß gar nicht, wie viele Schriftrollen er hat. Ich würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal rein. Er hat mir gefühlt 800 Nachrichten in Line geschrieben. So kam es mir jedenfalls vor. Und ich glaube, so ungefähr sah es aus, er hat seine Nachricht immer wieder kopiert, damit er 100% drankommt. Er hat sogar Geburtstag. Ich kenne noch eine Person, die einen Tag vor Geburtstag hat und dann noch eine Person, die auch am 31. Geburtstag hat. Ist ein merkwürdiges Datum, so kann man Silvester und Geburtstag aber cool kombinieren. Also entweder, naja, es gibt Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. Also, herzlichen Glückwunsch. Euch natürlich einen schönen Tag und dann schon mal im Voraus einen guten Rutsch. Ich kann euch schon mal eine kleine Überraschung für das Jahr 2018 verraten. Ich weiß nicht, wann das genau kommt, aber so erster, ne erster nicht, ich bin ja weg. Zweiter, dritter, zweiter, dritter oder vierter kommt ein kleines Giveaway. Und ihr habt wieder die Chance, etwas Cooles zu gewinnen. So, zählen wir erstmal, bevor ich jetzt zehn Minuten quatsche. Vier, garantierte Blitze. Dann haben wir sieben LD, eine Wasser, eine Feuer, eine Wind und 115 MS. Okay, ich denke, das ist eine vernünftige Zahl, also nicht so übertrieben. War übrigens ein unglaublich harter Tag für mich. Ich bin so froh, wenn ich gleich mich mal hinlegen kann. Ja, also mal wirklich auf die Couch und dann so, ach. Ja, es ist zwar grauenvoll dieser Tag. Aber gut, manche Tage sind eben hart und das kann man sich nicht aussuchen. Wir raten erstmal und dann quatsche ich weiter, wenn wir beschwören. Vier, garantierte. Sagen wir mal, weil wir heute gut drauf sind. 15 Blitze. Ihr könnt wieder mitraten. Schreibt es in die Kommentare. Merkt es euch oder schreibt es am Zettel. 3, 2, 1. Let's go, Baby. So, ich bin sehr gespannt. Ich lese erstmal seine Nachricht vor und dann reden wir über meine zwei neuen Six Stars. Dann reden wir über meinen stressigen Tag. Dann reden wir über das Turnier. Dann reden wir über 2018 und über Silvester. Und dann ist das Video schon vorbei. Das geht viel zu schnell. Lese erstmal vor. Hey Markus, kannst du an Silvester, meinem Geburtstag, für mich beschwören? Wäre echt nice. Schicke dir auf eine Antwort meine Daten. Wünsche an Fairbear, der mir das Finale gewonnen hat vom Lighting Stark Turnier. Es war Klassik, das meint. Es ist zwar, ich freue mich so, dass das Windpanner das am Ende gewonnen hat. Das war so ein Schlüsselmoment in unserer Beziehung, wenn ich das so sagen kann. Also, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Windpanel. Ich glaube, das wisst ihr. Weiter, Light oder Dark, Barbarenkönig habe ich seltener auf einer Wunschliste gesehen. Guter Wind-DD, Lisa, Ariel, Skilabs, Laika, Hua, Amelia, Hua mit so einem Lach-Emoji. Danke. Amelia, Ciao, Zyros, Rakan, Pangbeak, Sierra, Tesha, Three Star Food. Selten auch, dass sich einer ein Windpionier wünscht. Three Star Food, äh, Monster, das wert ist zu Six Star, jegliche LD-Net-Fives, keine Dupes, kein Retech. Also hat er wahrscheinlich, wenn ich das so richtig sehe, hat er wahrscheinlich zwei Retechs. Sonst wird er das nicht so extra hervorheben. Ich hoffe auf zwei Net-Fives. Ja! Okay, also, wenn wir mal realistisch denken, ein Net-Five wäre drin, aber so 50-50 würde ich sagen. Aber zwei Net-Fives hast du aber hohe Ansprüche. Und vielleicht auch ein LD-Light. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich meine, wir haben jetzt seit mehreren Beschworen keine einzigen LD-Blitze mehr bekommen. Also vielleicht ist heute der Tag. Und es wäre so ein schöner Abschluss 2017. Beenden wir mit einem LD-Net-Five. Wäre mega. Äh, bitte Grüße, Flo, Bene und alle Light-X-Dark-Member, insbesondere die Light-X-Dark-3-Member. Viele Grüße an euch, seid coole Leute und bitte alles ins Lager und bitte Runt-Tipps zu guten neuen Monstern aus der Beschwörung. Werden wir natürlich machen. Vorausgesetzt, ich vergesse es nicht, wie meistens bei Videos, aber ich gebe mir heute sehr viel Mühe. So, eine Sache, die ich noch ganz kurz ansprechen wollte, bevor wir zu dem Turnier kommen und zu Silvester und so. Und zu meinen neuen Six-Stars. Wenn ich nicht zu den Six-Stars sage, also wenn ich nicht dazu komme, dann seht ihr die im nächsten Video. Ähm, ich habe in letzter Zeit Probleme mit meiner Audio. Das war so, also ihr habt es vielleicht ab und zu schon mal mitbekommen. Also sehr selten. Also jetzt vorgestern in dem Video, in dem, in dem Anavel-Video. Ne, was war das für ein Video? Ich weiß es nicht mehr. Belagungskampfvideo. Ne. Raki-Video. I don't know. Raki x Ana oder so habe ich das jetzt mal im Voraus genannt. Das ist noch gar nicht hochgeladen. Da habe ich zwischendurch so ein unschönes Geräusch in der Audio. Das ist dann so, keine Ahnung, kein... Es ist dann nicht, dass ich zu laut bin, sondern so ein Störgeräusch. Das ist dann irgendwie so iiiiih. Also so ein ganz hoher Ton. Das nervt mega. Deswegen schneide ich das raus. Falls das nochmal heute vorkommen sollte, wundert euch nicht, wenn zwischendurch kleine Partien fehlen. Das war bisher immer nur so vier Sekunden oder so. Also war nicht so schlimm. Ich denke auch, dass ich das behoben habe. Weil gestern hing mein kompletter PC... Wir ziehen jetzt immer diese dummen Würfel, Magi. Jetzt geht weg. Ja, gestern war mein ganzer PC irgendwie laggy. Wir haben gestern Abend noch ein bisschen was zusammengezockt. Und da hing es bei mir auch. Und dann habe ich meinen Laptop neu gestartet. Und dann kam ein Windows-Update. Also vielleicht hat das damit irgendwie ein bisschen zu tun, dass alles irgendwie dadurch beeinflusst wurde. I don't know. Ich hoffe einfach, dass ich heute beim Schneiden kein komisches Geräusch höre. Wenn das der Fall ist, dann werdet ihr davon nichts mehr mitbekommen. Aber schon mal im Vorhers. Tut mir leid, falls irgendwas Kleines rausgeschnitten werden muss. So, Leidic Stark Turnier. God damn. Es war mega spannend. Ich hatte absolut keine Zeit, mich vorzubereiten. Ich wollte mir eigentlich nochmal vorher die Kämpfe gegen Tanaka ansehen, weil ich ja schon mal gegen ihn in der Vorrunde gekämpft habe und gewonnen habe. Also ich wollte nochmal aus den Fehlern lernen und was er so gepickt hat. Und ich wusste ja nicht... Oh Gott. Wasserjoker. Was er so alles für Monster hat. Also natürlich ein paar wusste ich, aber nicht mehr alle so genau. Und ich kam aber nicht dazu, weil ich den ganzen Tag wieder beim neuen Haus war und da helfen musste. Und es war so anstrengend. Und ich sage euch eins, ja? Nach dem Blitz. Los! Ah, der zweite Windhaus. Wenn ihr euch irgendwann mal dazu entscheidet, ein Haus zu bauen, ja? Oder eure Eltern oder was weiß ich, irgendwer, den ihr kennt. Worauf ihr Einfluss haben könnt. Baut nicht im Winter. Baut fucking nicht im Winter. Es ist schrecklich. Kalt. Regen. Nass. Schnee. Mega Wind. Und dadurch werden die ganzen Arbeiten beeinflusst. Also nicht nur, dass es sehr ungemütlich ist, sondern es ist einfach... Manches... Dadurch kommt dann einfach unnötige Arbeiten noch dazu. Und es ist so schrecklich. Und es wird auch noch früher dunkel im Winter. Und dann kann man nicht mehr richtig arbeiten. Und wow! Ja, also ich... Also wenn ich... Wenn das Haus dann fertig ist, dann kann ich stolz sagen, ja? Ich habe wirklich was dazu beigetragen, dass das Haus so aussieht, wie es jetzt aussieht. Und noch ein Luschen. Das ist schon mal was Besseres. Also ich freue mich so unglaublich sehr. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also klar, ich mag mein Zimmer hier auch. Oder meine Räume. Und meine Wohnung mag ich auch. Aber das Neue wird so cool. Und dann bekomme ich mein Haustier. Und dann zeige ich euch das alles. Das wird toll. Also ich habe schon eine genaue Vorstellung, wie alles aussieht. Und ja, es sieht sehr gut aus in meiner Vorstellung. Jetzt muss das nur auch Realität werden. Aber ich denke, das bekommen wir schon hin. Ein KFG. Die sind ja auch relativ beliebt. Vor allem das Wasser-KFG ist sehr beliebt. Ich habe meine auch noch im Lager. Braucht nur noch... Ich glaube, die braucht 15 Skill-Ups oder so. Oder noch mehr. Und ich habe keins. Weil die ja alle in Fail gewandert sind. Was auch der richtige Schritt war. Aber trotzdem. Es gibt noch einige Monster, die ich zum Six-Star machen kann. Perfekte Überleitung. Ich habe zwei neue Six-Stars gemacht. Also neben den Net-Fives habe ich zwei neue Six-Stars gemacht. Einmal... Garo. Es war klar. Früher oder später wollte ich sowieso Garo zum Six-Star machen. Und ich hatte jetzt ein paar Runen. Also ich habe eine Vampir-Rune bekommen. Und dann habe ich ihm jetzt Runen gegeben. Nicht so das, was ich ihm vorher geben... Also was ich ihm ursprünglich geben wollte. Ihr seht die Runen später dann irgendwann im Video, wenn ich ihn teste. Der ist auch noch 32 oder so. Aber ich bin erstmal mit ihm zufrieden. Und ich habe ihn einmal aus Spaß im Gegenkampf benutzt. Diese Woche war er ja sowieso schrecklich. Also war mir ein Draw egal. Und er hat gewonnen. Ja, er hat wirklich gewonnen. Gegen eine Bestead-Perna irgendwas. Und das war kein schlechter Gilder und kein schlechtes Team. Aber er hat gewonnen. Er hat die Perna gut gestunt. Also das hat er toll gemacht. War also ein tolles Monster. Also durch den Buff ist Garo jetzt wirklich sehr stark geworden. Aber ich denke, das wisst ihr alle. Und dann noch ein Fun-Toy. Dark Reif. Ja, ja. Meine Stimme ist schon fast weg. Dark Reif. Ich wollte den... Ich mag den schon länger. Und der war auch schon länger geruhnt. Der war auch schon lange bei mir auf Level... Äh, Five-Star und so. Der wurde dann in diesem Garten da gelevelt. Automatisch. Und dann habe ich gedacht, gut. Du hast so viele XP-Booster. Oh shit. Ich glaube, einer läuft aus. Ich konnte heute noch keine Energie ausgeben. Ähm. Und dann habe ich den einfach mal zum Sixster gemacht. Ich meine, warum nicht? Ich habe so viel Food. Und das war jetzt mein 79. Sixster. Holy shit. Haben wir schon einiges gemeinsam erlebt, hä? Und ja. Also wie gesagt. Ich war den ganzen Tag am Haus. Ich habe dann gesagt, ich muss weg. Ich habe heute ein Turnier. Also es ist... Heute ist der Tag des Lighting Stark Turniers. Also ich habe gerade vor 20 Minuten habe ich ihn auch gekämpft. Also jetzt im Anschluss nehme ich direkt auf. Danach nehme ich das nächste Video auf. Dann muss ich essen. Und nebenbei lade ich noch das Video hoch. Und morgen geht es dann direkt weg. Und dann bin ich über Silvester weg. Und dann muss ich morgen früh, aber bevor ich wegfahre, noch das andere Video hochladen. Und wenn ich dann zurückkomme, habe ich natürlich... Oder wird es wahrscheinlich zurück... Ne, Silvester kann ich ja gar keins aufnehmen. Also deswegen nehme ich heute zwei auf, damit ich eins im Voraus habe. Und dann kann ich direkt das hochladen, wenn ich zurückkomme. Und dann kann ich direkt das nächste aufnehmen. Stress pur, oder? Goddamn, was tut man sich manchmal an. Aber so ist die Hilfe am Haus. Das muss ich einfach machen. Also da kann ich mir Schöneres vorstellen. Vor allem meine geliebten Ferien. Ja, der perfekte Moment zum Ausschlafen. Früh aufstehen, Markus. Und ich so, oh nein. Warum? Und dann so, geh doch früher ins Bett. Ha, 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 ha. Wenn das so einfach wäre. 5 Uhr morgens. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Ich weiß, ich sollte das ändern, aber... Ah, ich komme mir so vor, als wäre ich schon tot, bevor Silvester ist. Und dann sagt sie so, ja... Also viele Grüße an dich. Sagt sie so, ja... Ja, wahrscheinlich werden wir nicht schlafen. Und ich denke mir einfach nur so, okay... Das kenne ich von den letzten Tagen irgendwie. Also ich meine... Mein Schlaf kann man an zwei Händen abzählen. Von der letzten Woche so ungefähr. Goddamn, ich will wieder ausschlafen. Aber ja... Die Nächte waren jedenfalls sehr schön. Mehr sag ich nicht. Nein, Spaß. Ähm, aber... So anstrengend in letzter Zeit. Und das nennt man Ferien. Und ich dachte, ich habe endlich mal Zeit, ein bisschen zu entspannen. Und da ist Garo der coole Boy. Der ist echt stark. Und natürlich sind alle Ninja-Skill-Ups in den ersten Skill gerutscht. Und der zweite hat noch nichts. Ja, aber das dann... Hat trotzdem geklappt. Auch wenn die Rate noch verbessert wird mit Skill-Ups. Ja, ja. Ich hoffe, ihr feiert schön. Ähm, und... Ihr habt einen schönen Tag. Oder einen schönen Abend. Und 2018 wird hoffentlich ein... Ganz tolles Jahr. Für uns alle. Und... Ich denke nur... Bei mir ist dieses Jahr so viel Shit passiert. Wenn ihr trotzdem noch irgendwie... Ich hoffe, ihr schafft es trotzdem irgendwie noch immer am Ende des Jahres zu lächeln. Auch über alles, was Schlimme passiert ist. Lernt daraus und... Nutzt es, um es im nächsten Jahr besser zu machen. Oder darauf vorbereitet zu sein. Ja, manches ist... Manche Sachen sind wirklich so schrecklich. Aber... Ich denke, 2017 war ein guter Lehrer. Ja, ja. So, ähm... Und, äh... Ich denke, durch gute Freunde kriegt man das alles wieder hin. Also, wenn... Ich habe dieses Jahr so... Also, so ein paar... Also, zu ein paar Leuten so... So eine gute Verbindung aufgebaut. Das macht mich unglaublich glücklich. Fühlt euch angesprochen. Ein Herz für euch. Das war wirklich toll. Ein paar Leute sind auch verloren gegangen. Aber ich denke, sowas ist immer normal. Und, äh... Ich wollte gar nicht so eine moralische Ansprache machen. Aber es tut mir leid. Net Five! Ah, Trap War. Und dann, äh... Naja, manche Leute muss man einfach gehen lassen. Man kann keine Leute zwingen. Äh... Dass die in eurem Leben bleiben. Und das würde euch gar nicht gut tun. Also, manchmal muss man auch einfach Goodbye sagen. Und dann kommen auch wieder neue Leute dazu. Und, äh... Ja. Ich... Ich... Ich schaue in letzter Zeit zu viele von diesen Sprüchen auf Twitter. Deswegen rede ich gerade so wirres Zeug. Aber ja. Ich hoffe einfach, dass 2018 schön wird. Und, äh... Ja. So, jetzt zu Summoner's War. Wollte ich Ihnen noch irgendwas sagen? Ich glaub nicht. Ähm... Wir haben gerade auch Trevor gezogen. Und jetzt so die... Also, die sind so momentan die... Also, Trevor war so damals so ein mega beliebtes Feuerforster-DD. Also, Feuerforster-DD. Und jetzt ist so Garo viel öfter... Also, jetzt sieht man Garo viel öfter als Trevor. Und ich muss sagen, ich habe Garo sogar eine Rune von meinem Trevor gegeben. Und ich benutze Trevor irgendwie nicht mehr so gerne. Das liegt aber daran, dass mein Trevor, ähm... Zwei Runen verlieren musste für mein Leo. Und dadurch wurde dann Trevor schlechter. Weil ich nicht mehr so viele gute Vampir-Runen übrig hatte. Und, äh... Dann habe ich ihn einfach seltener benutzt. Und jetzt kam noch Garo dazu. Und dann dachte ich so, ach... Du benutzt Trevor ja sowieso kaum noch. Dann gibt Garo noch die Rune. Und dann wird Garo besser. Und Trevor packt dann erstmal wieder ins Lager. Also... Ich muss sagen, ich finde Garo irgendwie momentan spaßiger. Spaßiger als Trevor. Der ist einfach so... So cool. Auch wenn Trevor nach wie vor ein sehr starkes und gutes Monster ist. Garo ist... Also, vom Beliebtheitsgrad auf jeden Fall definitiv weiter oben momentan. So, die Blitzrate muss ich sagen... Also, ich habe nicht gezählt. Aber was so... Was ich jetzt so bemerkt habe... Ist ziemlich gut. Nur, das Net5 war noch nicht da. Vielleicht kommt er wirklich aus der LD. Okay. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. So. Wir haben eine Wind. Tiana. Ciara. Eine Triana. Fast. Fast eine Tiana. Ein Feuerhag. Und Poseidon. Oh, Lightning. Nice. Varat. Varat. Ah, noch eine Emma. Cool. Also, die Skid-Ups hätte ich sehr gerne. So, jetzt machen wir die LDs auf. Wir wollen einen Blitz haben. Er wünscht sich ein Net5. Komm, es ist sein Geburtstag. Drei, zwei, eins. Let's go, Baby. Komm, bitte wenigstens einen Blitz aus diesen LDs. Ich habe zu lange keinen Blitz mehr bekommen. Also, der Dark-Dings ist natürlich mega. Habe ich auch als Six da für T.O.I. Hart. Apropos T.O.I. Hart. Dafür hatte ich auch noch keine Zeit. Oh, Gott. Oh, Gott. Aber morgen seht ihr, also, was ich gleich aufnehme, RTA-Fourstar-Kämpfe. Bin schon gespannt, ob ich tilte oder ob es klappt. Lightning. Yes. Los. Wer ist das? Eine... Michael. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Schickes Monster. Sehr stark. Also, richtig gut. Yes. Ein guter LD-Blitz. Das ist schon mal immerhin etwas. Wenn jetzt 905 käme aus den Legendären, dann wäre es natürlich perfekt. Aber ein sehr gutes 4-Star-LD. Nicht das beste 4-Star-LD. Also, es ist kein 4-Damn. Aber es ist schon... Es zeigt schon Qualitäten. Michael. Oh, Back-to-Back. Wow. Zwei Lightning. Los. Dover. Nice. Zwei sehr gute 4-Star-LDs. Kein Net5. Aber ich denke, das ist ein guter Abschluss vom Jahr 2017. Holy Shit. Nice. Sehr gut. Oh. Und ein Net5. Ich meine, es ist eine Brandia. Ich mag Brandia. Ich hoffe, er mag auch eine Brandia. Die meisten mögen Brandia nicht. Aber das Eisen ist heiß. Wir sollten beschwören. Los. Was ist das? Tyron. Ja. Und noch ein Net5, please. Brandia ist cool. Net5 ist da. Das ist eine Chloe. Oh, oh. Oh, oh. Ihr wisst, was diese Chloe's heißen. Ich habe immer Angst bei Chloe's. Okay. Ein Brownie. Gratz, Gratz, Gratz. Er hat keine Brandia, oder? Nee, er hat Perna. Ich meine, ein neues Net5 ist immer schick. Oh, er hat auch Okeanos. Noch nicht Six-Star? Doch, Six-Star. Aber noch nicht, oder? Five-Star. Nee, Six-Star. Aber noch nicht Max-Level. Wow. Brandia ist cool. Also, ich meine, es ist ein neues. Also, ich hoffe, er freut sich. Ich hoffe es. Zählen wir mal. Und der Trident ist auch noch nicht Six-Star. Der kein... Oh, er hat mein Nen-Nen. Nice. Okay. Ich denke, das war ein sehr guter Abschluss. Wir schauen uns jetzt mal... Wir zählen erst mal die Monster. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Holy shit. Zwanzig Stück. Mega gute Lightning-Rate. Okay. Ich sag dir was zu den besten Monstern. Hm. Dover. Kommt drauf an. Also, entweder Fatal-Wille oder Gewalt-Wille oder so ein Mix aus... Ich meine... Also, mein Malakai ist auch auf Schutz-Wille-Fokus. Und dieses Schutz-Set hat nichts mit den HP von denen zu tun. Also, sie sind squishy. Also, bringt das Schild weniger, aber ist einfach nur, damit Orion was nicht strippen kann. Kommt drauf an, wie man ihn benutzt. Äh, Triple-Attack oder Speed-Attack-Attack mit Accuracy-Subs. Sie, Gewalt-Nemesis oder Gewalt-Wille. In der Defense-Nemesis besser. Also, als Counter. Und dann macht ihr den Heal. Äh, und dann Speed-HP-HP oder Speed-HP-Death. Ihr kennt das klassischer Supporter. So, nein. Lucian kennt jeder. Bla, 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 bla. Garo. Vampir-Nemesis. Ist am besten. Äh, die kennen wir alle. Und dann reden wir noch über Brandias. Kommt drauf an. Brandias macht unglaublich viel Schaden. Also, braucht man noch nicht mal sowas wie Zorn. Ich hab viele Brandias auf Gewalt gesehen, damit die proppen können. Das ist ganz nice. Ähm, man kann Brandia auch im Raid benutzen. Bin ich jetzt nicht so der Fan von... Ich würde sie im Gegenkampf und Belagungskampf benutzen. Und meine wäre so Hybrid. So, HP-Crit-Damage-Attack mit Speed-Subs. Und natürlich Crit-Rate-Subs. Beim Erbecken bekommt sie mehr Speed dazu. Also, es ist nicht so schwierig, die schnell zu ruhen. Äh, ja. Du kannst sie natürlich, wenn du noch nicht so weit im Spiel bist. Also, ich sehe ja noch nicht so viele Six-Stars. Kannst du auch Tempo ruhen. Und dann, äh, Attack-Crit-Damage-HP. Aber ich würde Hybrid nehmen. Ich denke, der Schaden reicht aus. Also, da brauchst du nicht Attack-Crit-Damage-Attack. Das macht viel zu viel. Also, was will man mit 70.000 Nukes, wenn kein Monster im Spiel so viel Leben hat? Naja, also, ich hoffe, du freust dich. War was Cooles. Ist das schlimm? Äh, bisschen Spam schadet nie Brandier. Ich finde Brandier cool. Also, ich hoffe, er freut sich. Und die LD-Monster waren natürlich nice. Also, wahrscheinlich sieht es so aus, dass er sich mehr über die LD-Monster freut, als über die Brandier. Aber ich fand die Ausbeute jetzt echt gut. Sehr gut, oder? Also, sind wir uns da bitte alle einig, dass wir am Ende Comptors dankbar sein können für die Ausbeute bei der letzten Beschwörung. Also, ich denke, das hat sich definitiv gelohnt. Wir packen die jetzt noch rüber, damit die alle im Lager sind. Und damit er nichts sieht. So, die noch hier. Und dann noch den Fake. Und dann nur noch Brandier. Also, für mich war es jetzt ein toller Abschluss. Wo ist die Brandier? Ich denke, Comptors hat das gut gemacht. Wo ist Brandier? Hier. So, habe ich alles in den Lager? Ich glaube schon. Okay. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Haben die hier irgendwas geschrieben? Ah, ist schon weg. Schade. Und ich hoffe, euch geht es gut. Viel Spaß. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön. Habt viel Spaß. Seid glücklich. Ein Herz für euch. Haut rein, Freunde. Bis ins nächste Jahr. Oh mein Gott. Haut rein, Freunde. Ciao. Bis insgesamt. Vielen Dank.